Und da sind wir wieder und ich habe gelöst, warum keine Strahlen kommen. Man sollte auch, wenn man eine Tesserakt benutzt, die Frequenz einstellen. Könnte helfen. Ja. Ja. Nur, wir müssen jetzt langsam aufpassen. Wie viele von den Dingern musst du denn noch machen, Kaden? Einer noch. Gut, weil, äh... Glaube ich. Energieknappheit und so. Warum ist da unten immer die Klappe offen? Weil ich da die ganze Zeit rein muss. Ja, dann mach wieder zu. Fall hier rein. Oh nein, Lüge, ich muss noch zwei machen. Also einer ist kraft, einen weiteren brauche ich noch. Okay, nein, nein, nein. Nur einen. Jetzt ist es vorbei. Menno, du bist voll gemein zu mir. So, dann warte ich auch noch, bis sie fertig sind. Huch. Ja, süß. Stimmt, wir können ins Bett gehen. Ähm, die ME-Chest hat keinen Strom. Oder warum sieht das gerade so grau aus? Nein. Merkwürdig. Wie viel Scheiß drin. So, ein bisschen wieder aufladen. Bin ich voll? Bin ich voll. Ähm... Mach noch eine Prinzess. Wie schimpft sich eigentlich dieses grüne Crafting Table? Grüne Crafting Table? Ja, wir haben nach unten so eins mit grünem Ding drauf. Oh, das ist Magic. Ja. Äh, kann ich machen? Ja, das hätte ich gerne oben beim Assembly Table, weil es ist doch angenehmer, damit zu craften. Okay, warte. Weil die Rezepte jetzt nicht ganz so einfach sind. Ich habe sogar einen Tisch. Da müsste noch 21 drin sein. Wo soll ich denn die MFSU hintun als Speicher? Speicher? Ich weiß nicht. Oder als... Ja, erstmal hier, bis sie mal... Wohin genau? Ähm... In der Werkstatt ist doch oben jetzt eine zweite Ebene. Da am besten irgendwo. Da irgendwo. Ja. Die MFSU. Okay. Da liegt ein Zauberstab drauf. Der lag da. Okay. Dankeschön. So. Dann kann ich da... Rot ist nicht gut. Muss blau sein. Stimmt. Jetzt schon out of energy. Ach du Scheiße. Ich brauche nur noch eins. Dann bin ich fertig. Hier ist schon wieder eine dämliche Spinne. Ja, ja. Schon recht. Gott. Wo war noch mal diese... Iron Schist? Ah. Ja. Die auch voll ist. Oh, aber die nehme ich... Hm. Das lässt sich eigentlich da reinmachen. Okay. Hm. Andersrum. Hm. 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 Das sieht ganz wie so ein... Äh... Doftbewohner. Super. Hm. 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 Ja, ich näsel gerade noch ein bisschen. Hm. Hm. Ich bin wie ein Hund. Ich habe eine trockene Nase und heiße Ohren. Also mir geht es mir nicht gut. Oh Gott. Okay. Okay. Wienchen. Du musst leider gehen. Tschüss. Tschüssi. Wie erst bei dir gibt es noch Crafting Table, gell? Zum Abstauern. Jo. Ich hole dich wieder noch mal eins. Weiter, aber... Habt ihr dich ins System getan, weil... Darum. Ich bin bald fertig. Mit den Nerven. Abgesehen davon, ja. Ich könnte ich... Mal kurz runter zu den Wischenkriechen. Mal gucken, was da so los ist. Ich glaube, das ist besser. Hm. Ah. Hm. Kann ich auch. Ah. Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Du hast es ja einfach outgesourced. Okay. Gleichlich am Wachsen und am... Jetzt kriegt aber eventuell die Földerns da unten keinen... Produzieren. Strom, ja. Was? Dann ist das hier weg. Dunkel ist besser. Weil die ist ja jetzt nicht an die MF4 angeschlossen. Die kriegt nur Strom, wenn... Wenn auch Strom auf der Leitung ist, stimmt. Hm. Das macht Sinn, wenn... Die kriegt Strom, wenn Strom auf der Leitung ist. Aber ist ja wurscht, weil... Es kommt eh immer Strom rein. Wir haben immer Holz, immer Ethanol oder... Äh... Dingens. Ähm... Ja, sagt schon. Oder Solar, also... Hm. Okay, okay. Macht mir nur ein bisschen Sorgen, dass uns die ganze Energie hier abhaut, ey. Naja. Äh, ach genau was. Laser brauchen viel Energie. Ja, die brauchen... Vor allem brauchen jetzt gerade auch die, ähm... Fermenter brauchen ohne Ende Saft, weil wir so viele Saplinge haben. Erst beschwerst du dich, dass wir keine mehr haben. Jetzt haben wir zu viele. Ach. Moment, der Reaktor ist jetzt... Was ist denn? Der Reaktor ist jetzt an, gell? Ja. Ja. Gut, weil ich würde gerne ein Signal mir geben, dass ich weiß, dass der Reaktor an ist. Das wäre nicht schlecht, ja. Damit ich das sehe. So eine Alarmleuchte außen. Ja, genau. Das will ich nämlich gerade bauen. Ich mache einfach bloß eine Redstone-Fackel, obwohl ich könnte... Machen wir erst mal bloß eine Redstone-Fackel, das ist von Anfang erstmal einfacher. Ach, ich habe ja Redstone-Fackel. Ähm, Quatsch. Quatsch mit Soße. Sprich. Volt können wir immer brauchen. Wo mache ich die denn eigentlich hin? Ja, irgendwo... An, neben der Tür, irgendwo da auf der Seite. Das ist gar nicht so einfach. Lass dir was einfallen. Ja, ich bin ja gerade im Überleben. Wo brauche ich das hin? Ähm... Ähm... Ja, das mit den Tesserakten bringt ja eigentlich so nix. Weil zu wenig Energie... Alter, der kloppt mich mit dem Kürbis, wollte ich sagen. Mit einem Kaktus. So. Redstone-Fackel an, heißt Reaktor an. Redstone-Fackel aus, heißt Reaktor aus. Kann ich auch machen. Bloß ich wollte es erstmal mit der Redstone... Machen wir eine Lampe hin, weil das ist doch schöner dann. Ja, ja, ich wollte es erstmal testen. Lamp. Guck mal, eine Redstone-Lamp. Habe... Echt, was mache ich denn da für ein Schrott? Ne, ich packe... Ich packe Tesserakt erstmal weg. Gut, dann gehe ich mal kurz nochmal im Quarry gucken. Ah... Der müsste ja leer sein. Äh... Scheiße, jetzt geht er woanders rum. Ach, der ist schon fertig. Wenn der... Du musst den Signal noch mehr invertieren. Nimm doch eine Inverted Lamp. Hä? Hä? Gibt's hier nicht. Schon vergessen? Ja. Wir sind hier nicht mehr auf... Du weißt schon. Nicht irgendein Mod, der das kann? Nein. Ja doch. Für 164. Hier ist kein Project Red drin. Grill Sonntag. Grill Sonntag. So, andere Idee. Okay. Das müsste doch eigentlich auch... Funktioniert das? Stimmt. Hast du einen Recycler auf Erde eingestellt? Nein. Nicht? Also liegt, dass ich jetzt wüsste. Nein, das geht nicht. Wird das sein können. Davon haben wir ja auch ein bissl. Ja. 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 Obwohl... Warte. Ja. 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 Dann müssen wir erstmal die Kakteen wieder pflanzen. Ja. 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 Dann ist das an. Dann ist die Fackel aus. Dann ist die Fackel, die da drin ist, an. Wo dort Reaktor an ist. Das passt. Wenn das an ist, dann... Ne. Schmarrt. Und die Lampe macht genau den an. So. Passt. Gut. Wenn Lampe an, dann Reaktor an. Au. Sorge mal. Ganz einfach. Gut. Und jetzt zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Äh... Achso. Kann ich hier gar nicht machen. Äh... Wie hieß es nochmal? M-E-Pattern-Gedöns. Das brauche ich noch. Ja. Das ist... Das ist... Sollte mir nicht die Kackteile unter die Füße setzen. Ja, das ist schlecht. Mhm. Oh. Hab auch keine mehr. Huiiii. Das ist ein paar. Nein, warte. Wir haben bestimmt noch ein paar Systemen. Adam hat so eine schöne automatische, also halbautomatische gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr genau. Genau wie. Ne, das mache ich bei der nächsten Aufnahme dann. Ja, doch. So, ich habe ein M-E-Pattern-Provider. Das freue ich bloß noch das... Oh mein Gott. Mit dem restlichen Scheiß. Viel Spaß. Das ist nämlich sau viel Zeug. Das geht eigentlich. Aber ich weiß nicht wie viel es kostet. Ich glaube das wird eh lustig. So. Hier. Ich räume mich mal langsam auf. Dann, 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 dann... Wieiii. Halt, das ist noch nicht. So. Äh, ist auch noch alles voll. Passt. Da ist auch noch ein komischen Bogen bei. Guck mal, ganz viele Kaktusse für dich. Kaktusse! Der Min-Pattern-Provider behalte ich im Inventar, damit ich es nächstes Mal noch weiß, was ich machen wollte. Und jetzt könnt ihr euch noch Energie aufladen gehen. Oh, weia, ich muss bald den Woodcutter ersetzen. Eieieiei. Ist er schon kaputt, oder wie? Ja, also langsam. 36% hat er noch. Oh, ich nehm mal einen Apfel raus. Ja, wir haben ja ein paar Diamanten. Ich repariere den mal. Den muss man nämlich mit Diamanten reparieren, das scheiß Ding. Schön. Jetzt kann ich gleich mal schauen, wie verkostet der Rest eigentlich. Ähm, wie hieß denn das? Achso. Nein, das bräuchte ich nicht. Fällt mir grad so ein. Da. Das brauche ich. Das geht ja eigentlich. Man könnte ja immer, weil das braucht. 27 minus 15, 22. Das geht ja. Habe ich nicht mal die Waffe gekriegt? Longsword. Mit Lapis musst du selber machen. Bäh. Gemeint, was ist das letzte? Ach, Eisen. Der Laser oben ist jetzt aus, ne? Ich mach zumindest nichts mehr mit dem. Scheiße, jetzt will ich Gold. Oben im Ding ist grad nichts, oder? Wie heißt's? Ofen? Ja. Keine Ahnung. Scheiße, ich schmeiß jetzt einfach rein. Halt, das war ich da. Wahrscheinlich ist es genug falsch rum. Ne, passt sogar. Und die Ersatzwaffe. So, und die Ersatzwaffe, tue ich mal. Ende nämlich Locks. Das hab ich sag 22, gell? Ne. Boah, da fehlen mir noch 5. Hat die mit 19 Gold für mich? Ah, ne. Jo. Wer ist grad oben im System? Das dauert jetzt aber wahrscheinlich ein Weilchen. Äh, Gold hab ich auch hier im Pulverizer stecken. Oh. Weiß Decks. Die können da eben gebacken werden. Ja, weil ich gerade rauf und runter wollte, Manu. Lass mich. Und was hast du mir da gegeben? Ein Longsword Stone. Mal kurz vergleichen. Stonebound, Reinforce 2, Beheading. Warum ist denn da auf der einen eigentlich Lack drauf? Looting, Sharpness. Hört sich besser an. Und was für ein Material ist das? Das ist aus Ardite und Alumite. Eine Mischung. Ah ja. Das ist eigentlich besser. Also die MFSU ist gleich voll. Jetzt auch. Kommt aber immer noch zu wenig Scrap an. So ein Müll. Äh, ja, im, 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 von Nanze ist ein bisschen Gold, falls du jetzt brauchst. Ja, ne, ich hab's grad. Ich glaub meine 22. Und wie ist das andere nochmal? Das baue ich ME Heatwend. Ach Gott, ME Kabel und ich. Das machen wir das, das mach ich das nächste Mal. Wir sind doch schon über der Zeit. Gut. Gut, dann aufräumen wir. Ich bin schon aufgeräumt. Den Rest behalte ich bloß, wenn ich noch weiß, was ich machen wollte. Äh, für Futter sollte ich. Was haben wir denn alles zu fressen? Steak? Apfel. Ich hab, ich, ich, ich iss Apfel. Haben wir nicht mehr. Haben wir noch Chicken? Die werte Dame will natürlich Fleisch haben. Äh, Fleisch ist mein Gemüse. Ich find den Spruch so geil. Mach du das nochmal? Achso, Karl ist ja mal da. Ich brauch Fleisch. Hm? Auch alles voll. Ja, ich glaub ich wär dann auch soweit. Gut. Ist das sowieso Gott nacht. Rufen. So. Wo, wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Hier sind wir. Ja, was steht denn hier? Achso, das ist der Bett. Das Bett. Aua. Ach scheiße, ich wollte schon wieder E drücken, um das Bett zu benutzen. Gesundheit. Können wir bitte aufhören? Das war das Wort zum Sonntag. Das war das Schlusswort, äh, wir sehen uns aber nächstes Mal. Tschö. Ciao, ciao. Ciao.